Hallo und herzlich willkommen bei der Renner Hair Lounge hier in Heilbronn, bestehend aus meinem Lebens- und Geschäftspartner Jürgen Renner, meiner Wenigkeit Herrn Sandrisser, unsere kleine Maus, die Salonprinzessin, die Fee, etwas kamerascheu. Wir sind hier seit 20 Jahren. Wir haben uns damals entschlossen, die Passion von Herrn Renner in der Selbstständigkeit umzusetzen. Wir haben also eine extrem hohe Stammkundenquote. Das freut uns. Vor allen Dingen, was mich immer wieder begeistert ist, dass wir hier manchmal drei Generationen an einer Familie beginnen. Und es gibt dann ganz lustige Dinge, wie zum Beispiel, wenn, ich sage jetzt mal, unsere reifere Kundin, die in Richtung 80er geht, sitzen bleibt, weil sie einfach unbedingt noch das Ergebnis sehen will. Ein Beispiel vom Nebenstuhl, wie die flippige 18-, 19-Jährige ihre Strähnen- oder ihre Schnitttechnik umgesetzt kriegt. Zu unserem Team gehört, wie gesagt, mein Lebens- und Geschäftspartner, der Herr Renner. Er hat vor über 20 Jahren seinen Meister mit Auszeichnung und als Jahrgangsbester abgeschlossen. Seine besondere Leidenschaft sind Haarschnitte, die auch mal etwas ungewöhnlicher sein dürfen. Dann haben wir natürlich unsere absolute Farb- und Strähnen-Expertin, Zoi. Sie gehört schon mittlerweile fast zur Familie. Also sie kreiert Farbe ins Haar, das ist einzigartig. Die letzte im Bunde ist unsere Frau Kotte. Sie ist auch Inhaberin vom Meistertitel und sie macht also auch leidenschaftlich kaum Schnitte. Egal ob jung und crazy, mittelalt oder reif, wir würden uns freuen, sie bei uns zu begrüßen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017